Es ist ein Versuch unternommen worden, die überflutete Region zu entlasten. Auch in Kleinwanzer, südwestlich, ist die Bundeswehr im Einsatz. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. Ich komme aus Kleinwanzer. Na und? Ich habe alles nach oben getragen. Die Soldaten haben mich nicht mehr ins Haus gelassen. Die Wassermassen. Tee? Was wollen Sie von mir? Das ganze Haus ist abgesaugt. Sie haben mir diesen Fischee angedreht. Ich drehe niemanden irgendetwas an. Wegen Ihnen habe ich nichts mehr. Ich habe Zeit. Machen Sie mich los. Bitte. Nein, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Vielen Dank.